Strahl, Strahl der Ray, Beam, die Strahlen der Sonne schaden der Haut. The sun's rays damage the skin. Anwesenheit, Anwesenheit, die Präsenze, die Wahl erfordert die Anwesenheit aller Mitglieder. The election requires the presence of all members. Bube, Bube, der Boy, ich bin Vater von zwei Buben. I'm the father of two boys. Geldpolitik, Geldpolitik, die Financial Policy, die Geldpolitik der Bank muss geprüft werden. The Financial Policy of the Bank must be examined. Gewissermaßen, gewissermaßen ad v, so to speak, as it were, ich kenne ihn schon sehr lange, er gehört gewissermaßen zur Familie. I've known him for a long time, he's family, so to speak. Ingenieur, Ingenieur, der Engineer, er arbeitet als Ingenieur bei einem großen Unternehmen. He works as an engineer for a large company. Manuskript, Manuskript, das Menuskript, vor der Rede lese ich mir nochmal das Manuskript durch. Before the speech, I'm going to read the Manuskript again. Nacherfüllung Nacherfüllung, die Supplementary Performance Bevor der Verkäufer die Ware ersetzen muss, hat er das Recht auf Nacherfüllung, um die Mängel zu beseitigen. Before the seller must replace the goods, he has the right to supplementary performance to eliminate the defects. Sachlich, sachlich, adiobjektive, matter of fact, ich finde seine sachliche Beurteilung und konstruktive Kritik sehr hilfreich. I find his objective evaluation and constructive criticism very helpful. Ausschuss, Ausschuss, der Committee, der Ausschuss trifft sich dann, wenn die Mitglieder etwas organisieren müssen. Mitgliedstaat, Mitgliedstaat der Member State Deutschland ist ein Mitgliedstaat der Union. Germany is a Member State of the Union. Spaltung, Spaltung, die Split Splitting, Streit führt oft zur Spaltung einer Gruppe. Disputes often leads to the splitting of a group. Antibiotikum, Antibiotikum, das Antibiotik, der Arzt verschreibt ihr ein Antibiotikum. The doctor is prescribing her an antibiotic. Anweisen, Anweisen, Fab to order to do, to instruct, to direct, der Lehrer weist die Schüler an, leise zu sein. The teacher instructs the students to be quiet. Ausflug, Ausflug, Ausflug der Exkursion, Trip mit der Schule machen wir einen Ausflug in die Hauptstadt. With the school we make a trip to the capital. Außergewöhnlich, Außergewöhnlich, Artie Unusual, Extraordinary, Matilda ist ein außergewöhnliches Kind und kann mit vier Jahren schon lesen und schreiben. Matilda is an extraordinary child and can already read and write at the age of four. Baustelle, Baustelle, die Building Site, Construction Site, wir bauen ein neues Haus, aber jetzt ist es noch eine Baustelle. We're building a new house, but it's just a construction site now. Index, Index, der Index, der Index am Ende des Buches gibt an, welche fremden Wörter benutzt werden. Kasten, Kasten, der Box, Krate, für die Party brauchen wir noch einen Kasten Bier. We need another crate of beer for the party. Kölner, Kölner, Artie Köln, das Kölner Bier schmeckt mir am besten. The Köln beer tastes the best to me. Pariser Pariser der Parisian, Kondom Man sagt, Pariser sind sehr romantische Menschen. They say Parisians are very romantic people. Schimpfen, schimpfen, verbte Scold, rannt, der Vater schimpft mit den frechen Kindern. The father scolds the cheeky children. Sicherung, Sicherung, die Protektion. Fuse, zur Sicherung des Verkehrs stellt die Polizeischilder auf. For the protection of traffic the police put up signs. Steigung, Steigung, die Ascent, Slope. In der Schule untersuchen wir in Mathematik die Steigung einer Kurve. At school we study the slope of a curve in Mathematics. Wegnehmen, wegnehmen, verbte Takeaway, Magnus nimmt seinem kleinen Bruder immer alle Sachen weg. Magnus always takes all his little brother's things away. Worum, worum, prone, what about, worum geht es eigentlich bei eurem Streit? Balkon, Balkon, der Balkoni, die Wohnung hat zwei Zimmer und einen Balkon, auf dem wir im Sommer sitzen können. The apartment has two rooms and a balcony where we can sit in summer. Bar Duell, 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 das Duell, ich sehe ein Duell von zwei Politikern im Fernsehen. Erfreuen, erfreuen, verbte Please, Delight, ich bin erfreut, sie kennenzulernen. I'm pleased to meet you. Erschließen, erschließen, verbte Develop, Tip, Make out, Marius erschließt die Bedeutung des Wortes aus dem Zusammenhang. Marius makes out the meaning of the word from the context. Gewehr, 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 das Rifle, Shotgun, der Jäger nimmt sein Gewehr und geht auf die Jagd. The hunter takes his rifle and goes hunting. Mittelmeer, Mittelmeer, das Mediterraneansee, zwischen Europa, Afrika und Asien liegt das Mittelmeer. Between Europe, Afrika and Asia lies the Mediterranean Sea. Tuch, 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 das Klot, Scarf, die Kinder binden Marius ein Tuch um die Augen und er muss sie fangen. The children tie a scarf around Marius, ice and he has to. Catch them. Vereinfachen, Vereinfachen, Feb to Simplify, diese Software vereinfacht unsere Abläufe bei der Arbeit. This software simplifies our work processes. Wende, Wende, die Change, ESP. The political change in the GDR, der Wandel der Gesellschaft in der DDR führte zur Wende und zur Wiedervereinigung Deutschlands. The change in society in the GDR led to the reunification of Germany. Agentur, Agentur, die Agency, er geht zu der Agentur für Arbeit, um einen Arbeitsplatz zu finden. He goes to the Employment Agency to find a job. Bündnis, Bündnis, das Alliance, ein Bündnis zwischen diesen beiden Parteien ist ausgeschlossen. An alliance between these two parties is impossible. Flüchtig, Flüchtig, Artifugitive, Cursary, Fleeting, die Erinnerungen an meine Kindheit sind flüchtig. The memories of my childhood are fleeting. Geografie, Geografie, die Geografie, Ben studiert Geografie in Leipzig. Ben studies Geography in Leipzig. Lebewesen, Lebewesen, das Living Being. Wasser ist eine lebenswichtige. Ressource für alle Lebewesen. Water is a vital resource for all living beings. Ozean, Ozean, der Ocean, ein riesiger Ozean trennt Europa von Amerika. A giant ocean separates Europe from America. Pakistan, Pakistan, das Pakistan, wir fliegen nach Pakistan, ein Staat in Südasien. We're flying to Pakistan, a state in South Asia. Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz, das Rheinland-Palatinit, im Bundesland Rheinland-Pfalz leben vier Millionen Menschen. Four million people live in the federal state of Rheinland-Pfalz, 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 Rheinland-Pfalz. Verdächtig, 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 Agi Suspizius, ihr Verhalten ist sehr verdächtig. Your behavior is very suspicious. Zuverlässig, zuverlässig, Agi Reliable, Alexander ist sehr zuverlässig. Wenn er sagt, dass er etwas macht, dann tut er es auch. Alexander is very reliable. If he says, he's doing something, he's doing it, abheben, abheben, verb to take off, Vitro, Marianne schaut gerne zu, wie Flugzeuge abheben und landen. Marianne likes to watch planes take off and land. Alltäglich, alltäglich, Agi Daily, usual, ordinary, das Fernsehen zeigt alltägliche Probleme der Menschen. Television shows people's ordinary problems. Anbringen, anbringen, verbt to affix, attach, put up, ich bringe die Bilder an der Wand an. I'll put the pictures on the wall. Entgehen, entgehen, verbt to avoid, escape, durch Glück entgeht er nur knapp dem Tod. Fortsetzung, Fortsetzung, die Kontinuation, wir müssen noch lange auf die Fortsetzung des Films warten. We have to wait a long time for the continuation of the movie. Lauter, lauter, adfau, nothing but, just, a lot of, der alte Mann redet lauter Unsinn. The old man is talking a lot of nonsense. Mediziner, Mediziner, der Doktor, Physician, als Mediziner kannst du Menschen helfen. Tunnel, Tunnel, der Tunnel, der Zug fährt durch einen Tunnel. The train is going through a tunnel. Assistent, Assistent, der Assistant, sie sucht nach einem persönlichen Assistenten mit guten organisatorischen Fähigkeiten. Differenzierung, Differenzierung, die Differenzierung, Differenzierung der Produkte ist ein wesentlicher Bestandteil für die Zukunft des Unternehmens. Differentiation of the products is an essential component for the future of the company. Drastisch, drastisch, adi, drastik, die Käufer dieser Aktie müssen drastische Verluste hinnehmen. The buyers of this stock have to accept drastic losses. Gleichmäßig, gleichmäßig, are you regular, even, wenn du Angst hast, versuche gleichmäßig zu atmen. If you're afraid, try to breathe evenly. Hinnehmen, hinnehmen, fab to accept, du kannst mich nicht vom Gegenteil überzeugen und musst meine Entscheidung hinnehmen. You can't convince me otherwise and you have to accept my decision. Mexico, Mexico, das Mexiko, Mexiko und die USA teilen sich eine Grenze. Moderne, Moderne, die Modern Age, Modernism, das Bauhaus ist ein Beispiel der klassischen Moderne in Kunst und Architektur. The Bauhaus ist ein Beispiel der klassischen Modernismus in Kunst und Architektur. Molekular, Molekular, Ati, Molekular, molekulare Vorgänge beziehen sich auf sehr kleine Teilchen. Molecular processes refer to very small particles. Nachbarschaft, Nachbarschaft, die Neighborhood, wir wohnen in einer guten Nachbarschaft, in der man sich gegenseitig hilft. We live in a good neighborhood where people help each other. Siedepunkt, Siedepunkt, der Boiling Point, der Siedepunkt von Wasser liegt bei einer Temperatur von Grazi. The Boiling Point of Water is at Grazi stationär, stationär ad impatient. Fix it, stationari, ich werde stationär im Krankenhaus behandelt und darf noch nicht nach Hause gehen. Taliban, Taliban, die, PL, Taliban, die Taliban kämpfen für ihre Überzeugungen mit Gewalt Brutal, brutal, Ati, brutal, weil Mike schnell andere Menschen schlägt, gilt er als brutal. Because Mike quickly beats other people, he is considered brutal. Ehrenamtlich, ehrenamtlich, adi, honorari, volontari, ich arbeite ehrenamtlich im Krankenhaus, weil es mir wichtiger ist, zu helfen, als Geld zu bekommen. I work as a volunteer in the hospital, because it's more important to help than to get money. Großzügig, großzügig, adi, generos, danke für das großzügige Geschenk. Thank you for the generous present. Redaktion, Redaktion, the editorial work, editorial staff, ich arbeite bei der Redaktion einer Zeitung. I work at the editorial department of a newspaper. Zeitung Schweiß, Schweiß, der Sweet, es ist so heiß, der Schweiß läuft mir den Nacken herunter. It's so hot, the sweat is running down my neck. Spruch, Spruch, der Saying, Slogan, auf der Karte zu meinem Geburtstag steht ein schöner Spruch. There's a nice saying on my birthday card. Strikt, strikt, adi, strikt, das Unternehmen hat strikte Regeln zur Verteilung der Aufgaben. The company has strict rules for the distribution of tasks. Befragung, Befragung, die Questioning, Survey, Interview, die Polizei führt eine Befragung von verdächtigen Personen durch. The police are questioning suspects. Einzige der, Einzige der, the only one, Mark sagt, ich bin die Einzige für ihn und es gibt keine anderen Frauen in seinem Leben. Mark says I'm the only one for him and there are no other women in his life. Eizelle, Eizelle, die Ovum, Egg Cell, etwa am 14. Tag der Periode ist die Eizelle reif. On about the th day of the period, the egg is ripe. Fit, fit, adi, fit, ich hoffe, du bist fit, wir werden heute lange laufen. Flüchtlingspolitik, Flüchtlingspolitik, die Refugee Policy, die Flüchtlingspolitik in Europa führt zu großem Streit zwischen den Ländern. Haufen, Haufen der Hieb, Piele, Lot in meinem Zimmer liegt ein großer Haufen mit Sachen, den ich aufräumen muss. There's a big pile of stuff in my room that I have to clean up. Infektion, Infektion, the infection, sie untersuchen ihr Blut auf Anzeichen einer Infektion. They're checking her blood for signs of infection. Keks, Keks, der Cookie, ich esse lieber Kekse statt Kuchen. I prefer eating cookies to cake. Sorte, Sorte, die Kind, Variety, ich bringe nachher Eis mit, welche Sorte möchtest du? I'll bring ice cream afterwards, what kind would you like? Zueinander, Zueinander, Adfau, to one another, mein Kleid und meine Schuhe müssen zueinander passen. My dress and my shoes have to match one another. Container, Container, der Container, vor unserem Haus steht ein Container, in dem wir alles schmeißen, was wir nicht mehr brauchen. In front of our house is a container into which we throw everything we no longer need. Gelassen, Gelassen, Artikalen, Composite, obwohl Henry nervös ist, wirkt er sehr gelassen. Although Henry is nervous, he seems very calm. Live, live, agi live, das Spiel wird live im Fernsehen gezeigt. The game will be shown live on TV. Mutation, Mutation, die Mutation, eine dauerhafte Veränderung in der DNA wird Mutation genannt. A permanent change in DNA is called a mutation. Sozialistisch-Sozialistisch, agi Sozialist, in der DDR regierte eine sozialistische Partei. In the GDR, a socialist party ruled. Überstehen, überstehen, fab to overcome, survive, die Pflanze übersteht den Winter ohne Probleme. Vermutung, Vermutung, die Assumption, Präsumption, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die Vermutung, dass Karl nicht die Wahrheit sagt. Aufspringen, aufspringen, fab to jump up on, burst open, er springt sofort von seinem Stuhl auf, um sie zu begrüßen. He jumps up from his chair immediately to greet her. Käse, Käse der Schiese, ich mag französischen Weichkäse, wie Brie und Camembert. I like French soft cheese, like Brie and Camembert. Losgehen, losgehen, fab to go off, starte, wir treffen uns um fünf Uhr und um halb sechs geht der Film los. We meet at five o'clock and the movie starts at half past five. Maul, maul, das Mouth, Javs, das Maul von Pferden ist sehr weich. The mouth of horses is very soft. Protestieren, protestieren, fab to protest. Studenten und Arbeiter protestieren. Auf den Straßen gegen die neue Reform. Students and workers protest in the streets against the new reform. Schämen, sich, schämen, sich, fab to be ashamed, das Kind schämt sich, seinen Fehler zuzugeben. The child is ashamed to admit his mistake. Alten, Alten, die, PL, Alps, wir wandern in den Alten. We hike in the Alps. Berufung, Berufung, die Appeal, Vokation, Appointment, das Unterrichten ist seine Berufung. Teaching is his vocation. Einteilung, 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 die Klassifikation, Division, die Einteilung der Schüler in die Klassen erfolgt nach dem Alter. The classification of students into the classes is based on age. Eintritt, Eintritt der Entry, Admission, Kinder unter fünf Jahren haben freien Eintritt. Children under the age of five have free entry. Geliebte der, Geliebte der, die Lover, Bernd hat eine Ehefrau und gleichzeitig eine Geliebte. Bernd has a wife and a lover at the same time. Gramm, Gramm das Gramm, in den Kuchen kommen Gramm Zucker. The cake requires grams of sugar. Hüfte, Hüfte, die Hip, das Wasser reichte ihr bis zur Hüfte. The water reached her hip. Neulich Neulich, Adfau, recently, the other day. Ich habe ihn erst neulich durch Zufall getroffen. I met him by chance the other day. Regelrecht, Regelrecht, Ay proper, real, ein regelrechtes Vorgehen ist uns wichtig, weil wir uns immer an die Parameter halten. A proper procedure is important to us because we always stick to the parameters. Verankern, verankern, verb to anchor, entschriene, eine Verfassung verankert bestimmte gesellschaftliche Werte. A constitution entschriene certain social values. Zähler, Zähler der Counter, Meter, Numerator, der Zähler in unserer Wohnung misst den Strom, den wir verbrauchen. The meter in our apartment measures the electricity we use. Befriedigen, befriedigen, verb to satisfy, wir tun alles, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu befriedigen. We do everything to satisfy our customers' needs. Beseitigen, beseitigen, verb to eliminate, clear, die freiwilligen Helfer treffen sich am Strand und beseitigen den Müll. The volunteers meet at the beach and clear the garbage. Gründer, Gründer der Founder, Frau Paget, ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens. Mrs. Paget is the Founder and Managing Director of the Company. Orchester, Orchester, das Orchestra, in dem Orchester spielen viele verschiedene Musiker. Many different musicians play in the orchestra. Regulär, regulär, adi, regular, normal, regulär dauert ein Fußballspielminuten, unter Ausnahme aber auch länger. A soccer match regularly lasts minutes, but under exception also longer. Türke, Türke der Turk, mein Nachbar ist ein Türke und kocht sehr gutes Essen. My neighbor is a Turk and cooks very good food. Ukrainisch, Ukrainisch, adi, ukrainian, bevor ich in die Ukraine ziehe, lerne ich die ukrainische Sprache. Before I move to Ukraine, I learn the Ukrainian language. Unterdrücken, unterdrücken, verb to suppress, die Minderheit des Landes wird unterdrückt und versucht zu fliehen. The minority of the country is suppressed and tries to flee. Unterteilen Unterteilen Verb to divide Subdivide Partition Das Unternehmen ist in verschiedene Bereiche unterteilt. The company is subdivided into different areas. Verziehen Verziehen Verb to distort Twist Gabi verzieht den Mund, weil der Apfel so sauer ist. Gabi puckers her mouth because the apple is so suhr. Bestellung 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 The order Reservation Der Kellner schreibt sich unsere Bestellung auf. The waiter takes down our order. Einschließlich Einschließlich Prep Including Dies ist der Preis Einschließlich der Steuern. This is the price Including Taxes. Glide Glide Das Limp Joint Link Ihre goldene Kette ist kaputt Ein Glied ist gerissen. Migration, Migration, die Migration, die Ursachen für die Migration in ein anderes Land sind ganz unterschiedlich. Roboter, Roboter, der Robot, Roboter werden gebaut, um den Menschen Arbeit abzunehmen. Ich habe eine Bitte an dich, kannst du mir vielleicht zwei Euro geben? Blüte, Blüte, die Blossom, die Blüten von Rosen riechen sehr gut. Elektromagnetisch, Elektromagnetisch, Adi, Elektromagnetis, das Licht, das wir sehen, ist eine elektromagnetische Strahlung. Das Licht, das wir sehen, ist eine elektromagnetische Strahlung. Das Land befindet sich inmitten einer wirtschaftlichen Krise. Abschließend, abschließend, adv, concluding, finalt, das Seminar endet mit einer abschließenden Diskussion. The seminar ends with a concluding discussion. Aufschlagen, aufschlagen, verb to open, serve, pitch, Natascha schlägt ihr Buch auf und beginnt zu lesen. Natascha opens her book and begins to read. Glocke, Glocke, die Bell, die Glocken der Kirche läuten zu traditionellen Anlässen. The bells of the church ring on traditional occasions. Informatik, Informatik, die Computer Science, weil Jan Informatik studiert, sitzt er viel am Computer. Because Jan is studying Computer Science, he spends a lot of time at the computer. Niederschlag, Niederschlag der Präzipitation, Reinfall, wegen der starken Niederschläge steigt das Wasser im Fluss. Because of the heavy rainfall, the water in the river rises. Örtlich, örtlich, ad local, dieses Kölner Bier ist eine örtliche Besonderheit. This cologne beer is a local specialty. Streifen, streifen, fab the touch, brush, im Wald streift ein Ast meine Schulter. In the forest, a branch brushes my shoulder. Topf, Topf, der Pott, das Wasser im Topf kocht bereits. The water in the pot is already boiling. Enttäuschung, Enttäuschung, die Disappointment, die Enttäuschung über das blöde Geschenk ist groß. The disappointment about the stupid gift is great. Ernähren, ernähren, fab the feed, nourish, support, ich ernähre mich ausschließlich ohne Produkte von Tieren. I feed myself without any products from animals. Prominent, prominent, ad prominent, zum jährlichen Fest der Stadt tritt ein prominenter Künstler auf. A prominent artist performs at the city's annual festival. Prominent, präzchen, upplässig, gutter, g MOM. Präzchen, auf die Solange, die Ready-Man, die Dämpículos, die Dämpere. Ja, die Dämpere, die Dämpere, die Dämpere, die Dämpere, die Dämpere, ihr könnt. Anwähren, die Dämpere, die Dämpere, die Dämpere und Loppen. Das ist toll, dass du das nicht so viele Gerust. Manchmal ist ja noch viel zu verstanden. Vielen Dank.